das eine schafft mir eine weiße haut das andere dem knecht ein zottiges fell und beides muß wiedergefunden sein zu lösen die zunge dem stummen kind was ist das sag's rasch kette und ring rief die maus sofort und man konnte dem falken ansehen daß sie das richtige getroffen hatte er sträubte sein gefieder und hob den krummen schnabel um der maus den rest zu geben aber da hatte er nicht mit mir gerechnet eine so tüchtige maus wollte ich nicht im stich lassen und so schwang ich mich schreiend hinunter von meinem ast und schoß so dicht über den falken hinweg daß ich seine kopffedern streifte er erschrak derart daß er die maus fahren ließ und ich konnte gerade noch sehen wie sie im buschwerk verschwand bis der falke begriffen hatte wer ihm da in die quere gekommen war hatte ich mich schon hoch hinauf in den himmel geschwungen und flog rasch nach norden auf die berge zu denn auf einen kampf wollte ich es denn doch nicht ankommen lassen nun macht euch selber einen reim darauf wie man das mädchen von dem zauber erlösen könnte kette und ring ring und kette riefen die anderen dohlen was für eine kette was für ein ring das weiß ich nicht sagte weißfeder aber lauscher der sich das alles angehört hatte wußte genau welche kette und welcher ring gemeint waren er wußte aber auch daß dieses geschmeide irgendwo in der tiefe des sees unterhalb der großen felswand lag wo es keiner je würde er wiederfinden können wirklich keiner er dachte noch darüber nach als die dohlen längst wieder fortgeflogen waren und auch in der nacht als er schlaflos auf seinem bett lag ließ ihn dieser gedanke nicht los er war der einzige der wußte wo kette und ring zu suchen waren und damit auch der einzige der seinem kind helfen konnte das wiesel war zwar auch dabei gewesen als er beides in den see geworfen hatte aber nadelzahn war wohl längst zu seinen vätern gegangen wie er sich auszudrücken beliebte nach und nach formte sich in seiner vorstellung ein plan und als draußen schon wieder der morgen zu grauen begann hatte lauscher einen entschluß gefaßt und legte sich noch ein bisschen aufs ohr bis gewitt kam und ihn mit dem morgenessen weckte er löffelte in ruhe die aufgeweichten brotbrocken aus der ziegenmilch trank den rest aus der holzschale die er selbst gedrechselt hatte wischte sich mit dem handrücken den mund ab und sagte zu der alten frau die inzwischen seine stube in ordnung brachte kannst du mir heute vormittag schneefink herrüber schicken ich muss noch etwas mit ihm besprechen wegen des festes das übermorgen stattfinden soll schwingshackel soll diesmal eine besonders schöne musik von zwei flöten geboten bekommen als ob der dir je zugehört hätte sagte kewitt aber sie versprach dem jungen bescheid zu sagen sie hatte die hütte noch nicht lange verlassen da kam schneefink schon angestürzt großmutter hat gesagt ich darf mit dir zum fest aufspielen rief er schon unter der tür ist das wahr sicher sagte lauscher übermorgen sollst du allen im dorf zeigen was du gelernt hast aber das ist nicht so wichtig neben dem was ich eigentlich mit dir besprechen will hast du vor dein leben lang hier im dorf zu bleiben schneefink blickte ihn erschrocken an willst du mich wegschicken sagte er solange du hier bist will ich auch hier bleiben um noch mehr von deiner kunst zu lernen darum geht es nicht sagte lauscher wärst du bereit mitzukommen wenn ich mich davon mache wenn es sein muss sofort sagte schneefink und bekam vor eiferrote ohren aber du kannst doch überhaupt nicht ins freie gehen selbst wenn du wolltest das weiß doch jeder hier im dorf so wie ich hergekommen bin werde ich auch wieder weg reiten sagte lauscher allerdings musst du mir dabei helfen wann soll das geschehen sagte schneefink übermorgen in der nacht nach dem fest wenn alle betrunken in ihren hütten liegen sagte lauscher wir werden schon weit unten in den wäldern sein wenn sie ihren rausch ausgeschlafen haben und merken daß wir nicht mehr da sind und dann erklärt er dem jungen den plan den er sich ausgedacht hatte das fest galt einem gelungenen raubzug von dem schwings hackel mit seinen männern vor wenigen tagen zurückgekehrt war gefangene hatten sie nicht mitgebracht dafür aber neben allerlei anderen brauchbaren dingen ein paar schläuche mit schwerem rotem wein doch den hielt der häuptling vor der hand noch zurück zunächst wurde honig mitgetrunken und zwischendurch stampften die männer ihre wilden tänze sie standen dabei im kreise hielten einander bei den gürteln gepackt gingen gemeinsam in die knie sprangen wieder auf dann begann der kreis sich langsam zu drehen während die frauen ringsum standen und den takt in die hände klatschten immer schneller drehte sich die geschlossene kette der tanzenden männer bis sie plötzlich mit einem gellenden schrei auf der stelle stehen blieb ohne ihren stampf schritt zu unterbrechen doch nun lösten sie ihren griff und klatschen allesamt den aufpeitschenden rhythmus mit während zwei der tänzer aus dem kreis in die mitte aufeinander zusprangen sie hatten ihre äxte aus dem gürtel gerissen wirbelten sie über dem kopf und schlugen aus dieser schwingung heraus unversehens aufeinander ein dieses geschah jedoch offenbar nach streng festgelegten regeln denn stets trafen die stiele der waffen mit scharfem knall aufeinander die äxte federten in ihre kreisende bewegung zurück und fuhren gleich danach aufs neue auf die mittänzer zu und zwar jedes mal in einem anderen winkel wie bei einer sorgfältig einstudierten waffenübung bei der es darauf ankommt alle erdenklichen schläge seines gegners abzuwehren schließlich verhakten die beiden tänzer ihre äxte ineinander und drehten sich immer schneller um den so geschaffenen mittelpunkt bis man ihre köpfe im strudel dieser bewegung kaum noch auseinander halten konnte während das klatschen sich zu rasendem tempo steigerte und schließlich wieder mit einem gellenden schrei endete dessen echo vielfach von den bergen zurückgeworfen wurde in diesem augenblick lösten die beiden in der mitte ihre äxte voneinander und wurden durch die gewalt der drehung mit solcher kraft nach außen geschleudert daß die männer im kreise mühe hatten sie aufzufangen es gab brüllendes gelächter als einige von ihnen übereinander stürzten und dann löste sich die gruppe der tanzenden auf nun erst ließ schwingshackel die weinschläuche bringen und überwachte selbst wie den erschöpften tänzern ausgeschenkt wurde sobald jedermann seinen becher gefüllt hatte legte sich der lärm lauscher der bis dahin mit schneefink auf der schwelle seiner hütte gesessen und dem treiben zugeschaut hatte stand auf nahm seine flöte zur hand und sagte jetzt ist es an der zeit daß wir ihnen eins aufspielen er hob seine flöte an die lippen und begann allein wenn zuvor einzelne der zecher noch laut gelacht oder mit kräftigen zurufen einander zugetrunken hatten so wurde es jetzt rasch still lauscher hatte den rhythmus des eben erst beendeten tanzes aufgenommen und verwandelte ihn in eine springende melodie das klang als habe man bisher nur die begleitung zu einem lied gehört das erst jetzt richtig begann und mit seinen auf und absteigenden tonfolgen dem stampfen des tanzes das noch jedermann in den gliedern hatte seinen eigentlichen sinn gab alle blickten jetzt herüber während lauscher die melodie in einem verwegenden aufschwung zu ende führte seine flöte für einen augenblick absetzte und schneefink zuraunte jetzt du nun nahm der junge mit seiner dunkler klingenden holzflöte die melodie auf die jetzt schon manche der feiernden mitzummten und nach den ersten takten begann lauscher auf seinem silbernen instrument dieses lied mit rasch dahin perlenden läufen zu umspielen die wie der gesang von vögeln in den abendhimmel aufstiegen und als schneefink das lied zum zweiten mal zu ende gebracht hatte begannen beide zugleich mit einer dritten strophe in die nun schon viele mit kräftiger stimme einfielen sobald man hören konnte dass die sänger ihrer sache sicher waren gab lauscher dem jungen ein zeichen und nun sprangen beide flöten von der grundmelodie ab und umhüllten sie mit einem sprühenden wirbel von trillern als sie das lied auf solche weise abgeschlossen hatten erhob sich dröhnendes beifallsgebrüll denn dergleichen hatte man hier im dorf noch nie gehört schneefink genoß es offensichtlich zum ersten mal in seinem leben und dann gleich auf solch überwältigende weise öffentliche anerkennung zu finden sollen wir noch ein stück spielen fragte er und griff schon nach seinem instrument doch lauscher hielt ihn zurück und sagte lass sie erst noch ein bisschen mehr trinken ehe wir ihnen ein schlaflied spielen sie setzten sich wieder auf die schwelle und dann kam auch schon schwings hackel mit dem weinschlauch herüber und sagte ihr habt auch einen schluck verdient zwei becher für dich und den jungen werden sich wohl finden lassen schneefink sprang auf und holte zwei hölzerne trinkgefäße aus der hütte die der häuptling bis zum rand füllte ich wußte gar nicht sagte er daß ich nun schon zwei flöter im dorfe habe da hat sich ja doch gelohnt daß ich dich durchgefüttert habe hat mir gefallen eure musik hat mir wirklich gefallen ihr dürft auf mein wohl trinken er blieb noch so lange vor ihnen stehen bis sie den wein probiert hatten als wolle er sich vergewissern daß sie seine gabe zu würdigen wußten daß ihn nur jeder einen kleinen schluck tranken merkte er schon nicht mehr denn als die beiden ihre becher absetzten hatte er sich schon wieder abgewandt und ging zu seinen leuten zurück auch an diesem abend kamen die dohlen zu lauschers hütte blieben aber wegen der vielen leute auf dem dach sitzen nur weiß feder flatterte herunter auf den vorplatz und begutachtete was kivit ihnen diesmal hingestreut hatte während er den vogel beobachtete kam lauscher ein gedanke das war eine interessante geschichte die du vorgestern erzählt hast sagte er die dohle flatterte vor schräg ein stück in die höhe als sie solcher art angesprochen wurde doch dann siegte ihre neugier und sie ließ sich wieder auf dem boden nieder wenn auch in angemessener entfernung wo hast du unsere sprache gelernt fragte sie das ist eine zu lange geschichte als daß ich sie dir jetzt erzählen könnte sagte lauscher vielleicht genügt es wenn ich dir sage daß von mir in einem der rätsel des falken die rede war vor allem weiß ich wo man ring und kette suchen muss als sie das hörte kam die dohle wieder näher gehüpft und schaute ihn aufmerksam an dann musst du der boxfüßige gewesen sein von dem man sagt er sei olas vater der bin ich sagte lauscher wenn das wahr ist solltest du dich auf die reise machen um deiner tochter zu helfen sagte weiß feder das möchte ich ja gern sagte lauscher aber es ist nicht so einfach sich davon zu machen wenn man von den blutachsleuten als gefangener gehalten wird würdet ihr mir helfen gern wenn wir das können sagte weiß feder sofort schon um des stummen mädchens willen was sollen wir tun da erzählte er lauscher daß er vorhatte in dieser nacht mit schneefink zu fliehen werdet ihr uns finden können wenn wir in den wäldern untergetaucht sind fragte er nichts leichter als das sagte weiß feder wo unter den bäumen leute unterwegs sind kann man von oben die vögel auffliegen sehen dann folgt uns bis ich dich rufe sagte lauscher er brockte ein stück brot auf und nun wagten sich auch die anderen dohlen vom dach herunter und pickten ihr abendessen auf mittlerweile hatte sich der lärm auf dem festplatz wieder gesteigert die meisten waren jetzt schon so betrunken daß sie keinen geraden schritt mehr gehen konnten einige die der wein schon gefällt hatte lagen lallend unter den bänken jetzt spielen wir ihnen eine sanfte schlummer musik sagte lauscher und griff nach seiner flöte er begann mit einem leisen ton den er immer stärker anschwellen ließ bis der bebende klang den ganzen talkessel zu füllen schien und die letzten schreihälse verstummen ließ als keine andere stimme mehr zu vernehmen war ließ lauscher diesen ton wieder allmählich abklingen und nahm ihn zum ausgangspunkt einer sanft schwingenden melodie wie sie mütter an den wiegen ihrer kinder zu singen pflegen schneefink hatte die art des liedes gleich erfasst und begleitete es in weichen süßen harmonien und so wiederholten sie immer aufs neue diese gleichförmige einschläfernde tonfolge bei der einmal lauscher und dann wieder schneefink die führung übernahm und während sie spielten stieg langsam die nacht über die berge im osten und breitete sich über den himmel aus bis sie die jenseitigen gipfel erreichte im dunkel sah man einzelne gestalten zu ihren hütten torkeln andere blieben schnarchend zwischen den umgeworfenen bänken am boden liegen der zwiegesang der flöten schwang noch eine zeitlang leise über dem schlafenden dorf wurde schwächer und schwächer und verklang schließlich in einem lang angehaltenen kaum noch hörbaren ton lauscher setzte seine flöte ab und flüsterte jetzt können wir uns an die arbeit machen schneefink als erstes zerlegten sie die drechselbank und der junge trug die teile hinaus in die nacht dann holte er das übrige werkzeug den flötensack und die wenigen dinge die lauscher sonst noch besaß jetzt bringe ich dir dein pferd sagte er als er die hütte zum letzten mal verließ gleich darauf führte er das pferd am halfter vor die hütte lauscher hatte ihn erst im letzten augenblick kommen gehört denn schneefink hatte die hufe des pferdes mit fetzen umwickelt bring es dicht vor die tür damit es unter dem vordach zu stehen kommt sagte lauscher und als der junge das getan hatte stieg lauscher in den sattel jetzt binde mir die füße fest unter dem bauch des pferdes zusammen sagte er schneefink hatte schon einen lederrimm dafür mitgebracht und als er lauschers füße gefesselt hatte ließ dieser sich auch noch die hände auf dem rücken binden nun den knebel sagte er dann aber binde ein tuch fest darüber damit ich ihn nicht herausstoßen kann und sorge dafür daß wir rasch vorankommen ich möchte das erste stück wegs möglichst rasch hinter mich bringen nachdem schneefink all diese anweisungen gewissenhaft ausgeführt hatte packte er lauschers pferd am zügel und zog es hinaus ins freie sobald er kein dach mehr über dem kopf hatte stürzte die angst aus dem schwarzen nachthimmel auf lauschers herz herab wie ein felsblock und er hätte unweigerlich aufgeschrien wenn der knebel nicht seinen mund verschlossen hätte schneefink lief mit dem pferd rasch um die hütte und ein kleines stück auf den berghang dahinter zu während lauscher schon den einfall zu verfluchen begann der ihn dazu gebracht hatte sich dieser unerträglichen qual auszusetzen er konnte gerade noch erkennen wie schneefink hinter einen haushohen felsblock einschwenkte in dessen schutz er zwei weitere pferde versteckt hatte das eine war ein packpferd mit hoch beladenem tragsattel auf das andere schwang sich der junge rasch hinauf fasste nach den zügeln der anderen pferde und ritt dann mit ihnen in scharfem trab nach süden davon lauscher hätte später nicht sagen können wie lange sie so durch die dunkelheit zwischen schroffen felswänden dahin geritten waren immer heftiger trafen ihn die schläge seiner angst so daß sich ihm die brust zusammen krampfte als presse ihm eine unsichtbare faust das herz zusammen zeitweise schwand ihm das bewusstsein bis ein fehltritt seines pferdes ihn wieder aufrüttelte und von neuem der folter des nackten von eisig funkelnden sternen übersäten himmels aussetzte endlich spürte er wie der weg steiler abwärts zu führen begann rechts und links huschten schon die schatten einzelner von stürmen zerrissener wetterfichten und zirben vorüber schlossen sich dichter zu gruppen zusammen die immer näher aneinander rückten und dann tauchte der pfad hinab in den hochwald schon auf der letzten strecke hatte lauschers beklemmung merklich nachgelassen und als er endlich das dichte dach der baumkronen über sich wußte nickte er seinem begleiter zu und brachte sein pferd durch einen schenkeldruck zum stehen